hallo liebe freundinnen und freund der brettspiele ich bin andre und ihr seid hier bei auf den tisch meinem youtube-kanal zu allem rund um brettspiele und sammelleidenschaften wenn dieses video erscheint haben wir tatsächlich nur noch eine woche bis zur spiel bzw in einer woche ist schon der erste messetag fast vorbei in diesem video möchte ich noch mal kurz auf meine watchlist zurückkommen und ein paar updates zu spielen liefern über die ich schon gesprochen habe bei denen hat sich nämlich vielleicht zum beispiel was bei der verfügbarkeit geändert aber auch ein paar weitere spiele die als demo oder auch tatsächlich schon zum kaufen verfügbar sein werden möchte ich hier noch mal erwähnen die einfach halt noch dazu gekommen sind entweder weil jetzt halt erst die infos dazu bekannt geworden sind oder weil ich es einfach bislang vergessen hatte tatsächlich das eine oder andere spiel mit aufzuführen beziehungsweise vor allem eine erweiterung die ich ganz arg vergessen habe bislang und ja im bekannten format wie auch in den anderen videos zu meiner watchlist immer nur ganz kurz worum geht es bei dem spiel von wem ist das und so ein bisschen die generellen infos zu den spielen alles weitere könnt ihr dann wieder bei board game ging abschecken da gibt es zu manchen sachen schon videos und bilder aber dazu werde ich jeweils immer ein bisschen was sagen wie auch bei den anderen videos trage ich übrigens natürlich wieder ein nfl trikot diesmal von den dolphins die bislang mega erfolgreich sind und vor allem ihr sieg gegen die bills war wirklich erstaunlich ja insofern fangen wir an mit den spielen und ich beginne mit den updates und zwei von den spielen die ich schon in meinen videos erwähnt hatte da gibt es ein paar neuigkeiten dazu und zwar zum einen zu my island von reiner knizia wird bei cosmos erscheinen das spiel wird es leider nicht auf die messe schaffen das wird erst anfang 2023 rauskommen wohl im januar aber halt auf jeden fall nicht mehr rechtzeitig zur spiel ich habe leider noch keine informationen dazu finden können ob es die möglichkeit für demos am erstand von cosmos geben wird ich hoffe mal das passiert denn ja ich würde mir das spiel schon ganz gerne angucken und ja vielleicht ja eine oder andere von euch auch das zweite spiel zu dem es noch mal neue infos gibt ist resist was ich ja nicht nur in meiner watchlist habe sondern auch mit philipp zusammen als geheimtipp genannt habe in unserem video zu unseren erhofften oder vermeintlichen highlights und geheimtipps zur spiel schaut da auch gerne noch mal rein wenn ihr bislang vielleicht nur die watchlist geschaut habt zu dem spiel gibt es nämlich die schöne neuigkeit dass es wohl auf der messe verfügbar sein wird denn im ja ich glaube im vierten nachmelde in der vierten version der nachmelde liste der messe ist das spiel jetzt auch mit preis mit drin und daher sollte es jetzt wohl auch tatsächlich beim verlag verfügbar sein und das ist ja schön weil dann kann man es auf jeden fall ausprobieren und wenn es gefällt kann man es dann ja auch mitnehmen kommen wir nach den beiden updates zu vier neuen spielen oder vier spielen die jetzt hier neu auf der liste mit drauf sind die es als demo auf der messe geben wird nach dem aktuellen stand ihr merkt ja es ändert sich immer mal wieder noch was und da fangen wir mal an mit dem spiel 20 53 tipping point und das ist von fabian fischer und dario reinhard wird bei crimson company erscheinen ein kooperatives spiel bei dem es ja wie man am namen schon merkt um die klimakatastrophe geht wir spielen hier eine gruppe von ländern die sich tatsächlich dem problem widmen wollen und hier kooperativ semi kooperativ hier an dem problem arbeiten wollen es geht wohl darum die bedürfnisse der bevölkerung zu erfüllen gleichzeitig aber eben auch zu verhindern dass das klima den kipppunkt erreicht dass es halt wirklich nicht mehr aufzuhalten ist dass wir unsere erde im grunde genommen für uns unbewohnbar machen klingt nach einer spannenden prämisse es fehlen aber tatsächlich noch im grunde genommen weitere infos total und es gibt auch noch keine weiteren bilder außer dem cover wo auch noch kein logo drauf ist ihr seht das ja hier mit im bild mal schauen wie das wird klingt auf jeden fall spannend und deswegen hier mit noch mal auf meiner liste bei den demospielen auch als demo verfügbar sein wird wohl nestlings von brandon omi wird bei sbg editions erscheinen ein spiel bei dem man ganz schnell so ein bisschen flügelschlag in den kopf bekommen denn wie man schon am cover sieht es geht darum dass wir hier vögel spielen also diesmal keine vogel beobachter wie bei wingspan oder flügelschlag sondern vögel die in verschiedenen biomen futter sammeln müssen und über dieses futter macht man dann wohl am ende des spiels punkte ich gehe mal davon aus dass da unterschiedliche bedürfnisse da sein werden aber diese biome auch unterschiedlich funktionieren werden hier wird man dies also würfel als ja arbeiterfiguren quasi einsetzen also klassisches dies placement spiel wird aber auch set collection mit enthalten und auch hand management wird wohl eine wichtige komponente sein aber auch hier fehlen bislang weitere bilder und auch weitere infos zum spielablauf videos gibt es wohl bislang auch leider noch nicht aber klingt auch eigentlich ganz spannend und so dies placement da ist worker placement sachen finde ich sind eigentlich immer ganz interessant und deswegen finde ich einen blick wert ein spiel bei dem für mich wahrscheinlich die frage gar nicht wäre wenn es verfügbar wäre ob ich es mir kaufe ist terraforming mars the dice game wieder von jacob frexelius wird bei freaks games beziehungsweise auch wieder bei stronghold games erscheinen ich weiß noch nicht ob es vielleicht dann auch mal beim checker verlag erscheinen wird die haben ja bislang immer so die terraforming mars sachen auch irgendwann dann in die deutsche version gebracht bei aris expedition habe ich damals direkt beim kickstarter mitgemacht da wollte ich dann eben mal nicht warten aber bei terraforming mars the dice game wo der kickstarter jetzt läuft bin ich erst mal dabei aber ich weiß noch nicht ob ich da vielleicht doch noch mal darauf warte dass es da eine deutsche version gibt denn das spiel ist tatsächlich von dem was ich bisher gesehen habe rado hat dazu unter anderem schon ein video gemacht wahrscheinlich so einsteiger freundlich dass ich das eventuell auf deutsch haben möchte einfach damit auch die karten und das ganze material eben auf deutsch und damit man das eben auch mit leuten spielen kann die halt nicht ganz so brett spieler fahren sind genau dafür ist das spiel auch wieder da aris expedition war ja schon etwas weniger komplex und halt auch anders als terraforming mars deswegen hat es mir auch unheimlich gut gefallen war mein persönliches lieblings spiel aus dem letzten jahr und beim würfelspiel wird es wohl noch mal eine stufe weniger komplex sein aber trotzdem die schöne terraforming mars erlebnis geben und das halt in einem sehr kompakten format so wie das bislang aussieht und das kann man nach der aussage der flexelles familie übrigens mega sympathisch ist also nutzt es einfach wenn ihr das spiel nicht ausprobieren wollt sagt ihnen einfach mal hallo sehr sehr nette truppe bei denen am stand wird man das würfelspiel wohl probe spielen können dann noch als viertes spiel hier bei den demospielen die jetzt noch dazu gekommen sind auch eine video spiel umsetzung und zwar zoo tycoon the board game von mark durr und samuel lutherbacher wird bei triceratops erscheinen die firma heißt wohl eigentlich tricer aber ja brett spiele geben sie unter triceratops raus und damit sind sie auch im spiel guide gelistet als aussteller ist eine schweizer firma und ja hier haben wir halt eine umsetzung des videospiels zoo tycoon das war glaube ich vor allem so ein bisschen die zoosimulation auch für konsolen weil dort mit der steuerung relativ einfach war habe ich auch ein bisschen auf der xbox tatsächlich gespielt fand ich eigentlich sehr nett ist halt nicht ganz so tief und komplex und auch an der einen oder anderen stelle eher so ein bisschen auch sehr unterhaltsam gemacht wie ich finde hier in dem brettspiel bauen wir natürlich auch wieder ein zoo versuchen die verschiedenen tiere zu platzieren es wird ganz 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 viele kleine tier meeple geben was natürlich sehr nett ausschaut spielerisch werden wir halt plättchen platzieren um den zoo auszubauen und set collection betreiben die tiere sind durch karten dargestellt und eben durch meeple allerdings wenn man mal auf board game guckt sieht man dass die dauer mit 120 bis 180 minuten angegeben ist da könnte ich mir vorstellen dass das spiel zum einen sich deutlich anders spielen wird als archänova was sich natürlich als vergleich total aufdrängt aber halt auch sehr lang und sehr komplex sein wird und da könnte ich mir vielleicht vorstellen dass das spiel vielleicht zu viel will im nachbau eines videospiels denn klar videospiele können deutlich komplexer sein weil sie ganz anders funktionieren als eben brettspiele und sachen im hintergrund machen können wo man sich nicht aktiv darum kümmern muss da bin ich mal ein bisschen skeptisch aber grundsätzlich zu spiele mag ich sehr gerne ich spiele das auch weiterhin auf dem pc sehr gerne da dann halt bei der konkurrenz mittlerweile spiele technisch also sucht habe ich jetzt schon länger nicht gespielt aber ja auch nicht ganz uninteressant denn es hat ja durchaus schon auch gute videospiel verbrettspielungen könnte man das vielleicht nennen ja auch schon gegeben und vielleicht ist das ja hier auch der fall trotz der erstmal brachialen länge so wie das klingt gut kommen wir zu einigen spielen die jetzt tatsächlich noch dazu gekommen sind die es wohl auch auf der messe zu kaufen gehen wird wie gesagt das kann sich immer mal ändern irgendwas kommt vielleicht nicht mehr an und deswegen muss man sich da immer auch mal darauf einstellen dass vielleicht etwas noch nicht da ist aber so wie es aussieht sind diese spiele erstmal verfügbar und als erstes habe ich hier auf der liste beer and bread von scott arms wird bei different games beziehungsweise pegasus spiele erscheinen ist ein duell spiel bei dem wir zwei dörfer spielen die so eine freundliche rivalität haben und die braunen bier und backen brot also deutscher wird es im grunde genommen nicht mehr und wir haben hier karten die auf wohl verschiedene arten und weisen eingesetzt werden können wir müssen damit dann halt ressourcen einsammeln bierbrauen brot backen und ja das ist es eigentlich auch schon klingt nett und fluffig ist glaube ich nicht allzu kompliziert müsste glaube ich auch schon sehr sehr zeitnah auch regulär schon im handel auch sein pegasus ist ja häufig sehr schnell zwischen ankündigung und tatsächlich veröffentlichung das scheint ja auch der fall zu sein sieht nach einem netten spiel aus ich glaube ein sehr sehr zugängliches thema für viele leute ich mag auch beides insofern könnte man sich mal anschauen und ist auch glaube ich nicht besonders teuer als nächstes hätte ich hier noch auf der liste dice manner von garrett herter wird bei arcane wonders erscheinen ein spiel bei dem es darum geht eine ein also ein anwesen an menschen aufzubauen und ja das zu konzipieren dafür muss man wohl um so bauteile bieten oder blueprints also baupläne bieten und das dann auch zwischendurch schon anpreisen damit man halt am ende ein schönes tolles anwesen gebaut hat dass man dann eben auch ja möglichst punkte und gewinn bringt dann am ende des spiels verkaufen kann viel mehr ist noch nicht bekannt gibt nur das cover sonst auch noch nichts zu sehen an videos oder bildern klingt aber auf jeden fall mal nett und scheint es eben auch auf der messe schon zu geben deswegen nicht uninteressant dann als nächstes wieder ein spiel mit einem natur thema und zwar ecosphäre rewilding the world von julia johnson und albert penilla wohl im eigenverlag julie bird games julia und albert daher kommt das wohl ein kooperatives deck building game klingt sehr nett und ich finde das was man bislang an materialbildern sieht die sind alle noch computer generiert aber nichtsdestotrotz finde ich gestalterisch extrem schön und interessant klingt dass man am anfang des spiels relativ viele ressourcen haben sollen die werden immer knapper während man versuchen muss mit wohl pilzen pflanzen und tieren die welt wieder zu bevölkern halt mit eben diesen pflanzen tieren pilzen das klingt auch wieder sehr sehr nett kooperativ mag ich grundsätzlich gerne deck building mag ich sehr gerne und es sieht wirklich sehr sehr schick aus wie ich finde und deswegen würde ich mir das wohl mal anpucken gehen und es scheint es eben auch schon mit auf der messe zu geben dann die erweiterung die ich die ganze zeit vergessen habe obwohl ich wusste dass sie eigentlich auch zu spiel erscheinen soll ist die asien erweiterung zu flügelschlag wird im deutschen wieder bei feuerland erscheint ist natürlich wieder von elizabeth hargrave gemacht und tatsächlich weiß ich doch nicht hundertprozentig ob es das schon geben wird es taucht im spiel gerade auf bei feuerland allerdings noch ohne preis kann also gut sein dass das eher so ein wackelkandidat ist ob es tatsächlich schon da ist stonelyer games wo das ja im englischen original rausgekommen ist ist eigentlich wie immer glaube ich nicht mit einem eigenen stand vertreten aber ja wie gesagt feuerland hat es erstmal im spiel gerade mit gelistet mal schauen ob es da ist ich hoffe es auf jeden fall weil das ist für mich auf jeden fall ein pflichtkauf flügelschlag spiele ich immer noch sehr 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 gerne und deswegen gebe ich da auch gerne in der erweiterung mit diesmal scheint es wohl keine großen neuerungen zu geben also es nicht wie bei der australien erweiterung neues tableau dabei und so eine nektar mechanik die es damals neu gab insofern scheint es wohl primär halt zusätzliche abwechslung mit ja eben vögeln aus asien zu geben bin ich auch mal gespannt und freue mich drauf was uns da dann im grunde genommen zusätzlich dann noch erwarten wird dann noch eine ganz ganz kleine erweiterung die ich aber trotzdem erwähnen möchte weil ich finde das ist auch ein nettes kooperatives spiel schönes thema was hier ergänzt wird und zwar das story pack superhero zu roll camera das also ja ein ganz kleines erweiterungs pack wahrscheinlich primär neue szenenkarten für das kooperative spiel roll camera von malaki ray rampant wird wieder bei keen bean studio erscheinen auch eine sehr sehr sympathische truppe habe mir auf der berlincon erst die reguläre b-movie erweiterung geholt und ja für die superhelden die natürlich mittlerweile ein riesengroßes genre sind im kino die verschiedenen filme kennen ja die meisten wahrscheinlich und haben extrem viele heute eben auch gesehen wird dann halt eben hier auch für dieses spiel zugänglich und das sieht auf jeden fall nett aus wenn ich mich nicht irre haben sie wahrscheinlich auch mit dem cover von diesem kleinen erweiterungs pack tatsächlich angespielt auf das erste comic wo superman mit drin war action comics hieß die serie wo er nämlich auch so ein auto durch die gegend wirft und ja das finde ich natürlich als comic fan auch eine nette anspielung einfach auf das genre und eben ja passt sich dann natürlich auch für diese kleine erweiterung dann eine besonderheit auch noch mal nämlich etwas was es wohl zum großen teil gratis geben wird und zwar similo board games similo ist ja so eine kleine reihe von deduktions spielen wo man also in ganz verschiedenen themen es gibt es jetzt mit mit harry potter aber auch allgemein zu märchenfiguren offenbar also in ganz vielen verschiedenen varianten habe ich noch nicht gespielt bei dem es halt darum geht dass man als gruppe einen bestimmten charakter herausfinden muss ja der oder die dann irgendwie eine bestimmte eigenschaft hat in dem eine person immer wieder karten ausspielt dazu nichts sagen darf und nur quasi andeutet hat die ausgespielte karte etwas mit dem gesuchten charakter zu tun oder nicht zu tun und darüber muss dann die gruppe herausfinden ja welche karte dann am ende gesucht wird und das hier tatsächlich eine kollaboration mit vielen verschiedenen brettspiel verlagen wohl wo man das eben mit brettspielen macht und das klingt nach einer sehr netten sache und soweit wie ich das verstanden habe gibt es das spiel wenn man bestimmte spiele bei horrible gilt wo das spiel selber rauskommen wird dann aber wohl auch bei anderen verlagen die da eben mitgearbeitet haben gibt es das wohl gratis dazu und das klingt doch immer nach einer sehr sehr netten sache similo ist übrigens von martino tschera hjalmar hach und von luca zizi also auch eine nette truppe mit an designern hier dabei gewesen und ja wie gesagt gratis nimmt man natürlich immer gerne mit besonders als wahlschwabe aber eben auch sonst ist das sicherlich eine nette kleine reingabe dann noch etwas wo ich sehr sehr gespannt darauf bin und ich auch sehr genau weiß dass ein freund von mir das sicherlich richtig richtig interessant finden will denn es geht um star wars the clone wars von alexander ortloff wird bei sieben games erscheinen offenbar auch direkt mit einer deutschen version mal gucken ob es das auch schon direkt zu kaufen geben wird das habe ich jetzt noch nicht gefunden weil im spielgeld war noch kein preis drin aber vielleicht gibt es das ja schon ansonsten in einem shop habe ich bislang gesehen dass es wohl im dezember verfügbar sein soll deswegen kann es durchaus sein dass es vielleicht auf der spiel auch schon verfügbar sein wird und wir haben hier quasi pandemic im star wars universum wir spielen in den klonkriegen die man ja aus der prequel trilogie kennt und jeder spieler jede spielerin spielt ein jedi oder eine jedi und muss dann einen von vier bösewichten bekämpfen der so quasi als oberbösewicht da ist aber primär sind natürlich die androiden auf den verschiedenen planeten des universums dort unterwegs und müssen bekämpft werden sehr sehr nette idee wie ich finde denn star wars mag ich extrem gerne und auch pandemic mag ich sehr sehr gerne und das könnte eine sehr sehr schöne kombination sein bei board game gibt es schon ein video mit so ein bisschen gameplay also da kann man schon mal reinschauen und wie gesagt ich glaube das wird ziemlich cool als letztes habe ich dann hier jetzt noch dabei das spiel wanderlust von julian es wird bei pack the studio erscheinen ich habe jetzt extra englisch ausgesprochen weil wanderlust ist glaube ich einer von diesen begriffen die so aus den deutschen genommen wurden weil es dafür auf der ganzen welt eigentlich keine so richtige entsprechen gibt und den deutschen wird ja nachgesagt sehr wanderlustig zu sein und da kann ich mich auch nicht ganz von frei sprechen wobei ich natürlich eigentlich mit am liebsten in japan durch die gegend wandere aber auch ja hier gibt es sehr viele schöne ecken auch in stuttgart übrigens also da muss man tatsächlich gar nicht so arg in die ferne schweifen in die ferne schweifen tun wir aber hier wohl im spiel denn es geht darum ja so gewisse reiserouten als fort zu planen da muss man dann wohl auch mit den ressourcen richtig haushalten und ja so ein bisschen die balance finden dazwischen dass man eben die richtigen karten bekommt und die verschiedenen reisen antreten zu können da braucht man wohl so die verschiedenen fahrzeuge die dafür nötig sind in einer bestimmten menge jeweils und aber auch dem umstand dass einem quasi die besten reisezählen nicht vorher schon weggeschnappt werden bevor man eben da so angekommen ist und das klingt erstmal sehr sehr nett handmanagement wird wichtig sein es wird gedraftet werden wird nur set collection mit dabei sein und das cover sieht wirklich sehr sehr hübsch aus darüber hinaus fehlen leider noch weitere intruser es gibt noch kein weiteren keine weiteren material bilder kein gameplay video und ja auch der text ist nicht viel umfangreicher als das was ich gerade erzählt habe aber klingt nach einer netten prämisse und deswegen hier mit auf der liste und ja auch schon das letzte spiel tatsächlich für heute ich werde vor der messe oder dich dann noch mal dran an der messe jetzt nicht noch mal ein update video machen auch wenn sich vielleicht die ein oder andere sachen noch mal gibt die ich mit bekomme denn das werde ich alleine zeitlich nicht schaffen aber es ist jetzt auch wirklich nicht mehr lange hin und ich hoffe euch hat auch dieses update video oder ergänzungs video war es ja im grunde genommen auch wieder gefallen und würde mich freuen wenn ihr dem video einen daumen hoch da lasst und vielleicht auch ein abo falls ihr den kanal noch nicht abonniert hat auch das würde mich sehr freuen falls ihr noch eine frage oder eine meinung zu den spielen habt wie immer gerne unten in die kommentare und ich hoffe dass man sich dann auf der spiel 2022 in essen begegnet sieht was auch immer sprechen mich gerne an ich freue mich drauf bis zum nächsten video oder bis wir uns halt in essen sehen folgt mir gerne auch mal bei facebook twitter oder instagram bis dahin sage ich bis bald und ciao bis zum nächsten video